Also herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nachdem mein letztes Video zu Sascha Hubers Pull Workout mit Kurzhanteln so gut ankam, gibt es heute Sascha Hubers Push Workout, weil sich das viele Leute gewünscht haben. Und das wird folgendermaßen ablaufen. Ich werde erstmal alle seine Übungen auseinandernehmen und erklären und jeweils noch was zusätzlich dazu sagen, wenn es sich anbietet. Dann werde ich sagen, was ich gut fand und dann die Probleme, die ich gefunden habe, aufzeigen und meine Lösung, meinen Lösungsvorschlag anbieten. Und am Ende wird dann ein ganz neues Workout entstehen, das meiner Meinung nach effektiver ist beziehungsweise weniger von diesen Problemen, die ich aufgezeigt habe, haben wird. Und versteht mich nicht falsch, sein Workout ist ein Workout, mit dem man auf jeden Fall Muskeln aufbauen kann. Es funktioniert grundsätzlich, aber es ist eben einfach nicht unbedingt meine Art zu trainieren oder die Art, die ich empfehlen würde. Und deswegen gibt es in diesem Video jetzt ein paar mehr Änderungen im Vergleich zum letzten Video, weil sich sie jetzt einfach angeboten hat und ich das euch nicht einfach so weiterempfehlen möchte, sondern vielleicht sogar was Besseres daraus machen will. Und das könnt ihr dann für euch selber entscheiden, weil die Erklärungen werden dann jeweils folgen, warum ich jetzt der Meinung bin, dass ich es so machen würde und nicht eben so, wie es ursprünglich war. Also wir starten direkt los mit der ersten Übung. Die erste Übung ist der sogenannte Rotations-Push-Up. Also der Unterschied zum Push-Up ist, anstatt dass ich mich nur gerade rausdrücke, drücke ich mich auf eine Seite mehr und habe so mehr Adduktion. Und Adduktion ist letztendlich einfach nur, wenn mein Arm von weiter außen zur Körpermitte hin bewegt beziehungsweise kann auch über die Körpermitte rüber. Und das ist eigentlich die Hauptfunktion von der Brust, weil die Brust ist ja auch geformt wie ein, also gefächert letztendlich, ist ein Fächermuskel, der an dem Humerus, am Oberarmknochen ansetzt. Und wenn ich hier jetzt die Muskeln zusammenziehe, wenn sich die zwei Punkte nähern, dann ist genau diese Adduktion das Resultat. Und deswegen ist das die Hauptfunktion der Brust. Und deswegen funktioniert diese Übung, um die Brust gut anzusprechen. Also Problem bei der Übung ist, man kann sie leider sehr schwer überladen, weil, wie will man das machen? Ja, man kann ein Gewicht auf seinen Rücken platzieren, aber dann kann man sich nicht mehr rotieren. Man kann es mit dem Band machen vielleicht, aber das Problem ist auf jeden Fall da. Progressive Überladung ist sehr schwer bei dieser Übung. Man könnte natürlich die Stellung vom Körper im Raum ändern. Wenn ich jetzt das an der Ablage mache, die höher ist, wird die Übung allerdings leichter. Deswegen vielleicht als erste Übung nicht unbedingt geeignet. Wenn ich meine Füße höher setze, dann wird die Übung natürlich schwerer. Dann ist halt aber auch mehr Schulter dabei als Brust. Außerdem wird es dann immer schwerer zu rotieren. Also vielleicht nicht als erste Übung geeignet. Und gerade für Leute, die eigentlich eher die obere Brust aufbauen wollen, was eigentlich für die meisten Personen gilt, sollte man es nicht an der Ablage machen, die höher ist, weil dadurch wird eher die untere Brust trainiert und das sagt er auch. Aber ganz abgesehen davon, die Übung ist eigentlich auch zu leicht. Trotzdem ist das eine super Übung, die man vielleicht aber anders einbauen sollte. Und wie genau, das werdet ihr dann nachher sehen. Genau, und jetzt kommen wir jetzt zur nächsten Übung. Also die zweite Übung, die Kurzhantel-Push-Ups. Er macht Push-Ups auf Kurzhanteln, anstatt mit den Kurzhanteln Bankdrücken zu machen. Was hier jetzt halt gut ist, ist, dass die vordere Schulter einen guten Stretch hat. Sprich, und die Brust natürlich auch, weil er kann weiter runtergehen dadurch. Also hat die Ablage letztendlich ein bisschen höher gesetzt und hat dadurch mehr Stretch auf die Brust und vor allem aber die vordere Schulter. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, da wir nachher nochmal die Schulter trainieren, darauf gehe ich dann später genau ein. Ansonsten ist das eine Übung, die man auf jeden Fall machen kann. Also es ist an sich keine schlechte Übung, nur vielleicht nicht in dieser Einfolge. Also danach macht er den sogenannten Pike-Push-Up. Also er macht einen Push-Up auf den Füßen, am Boden. Und es ist dann letztendlich mehr eine Schulterübung. Je nachdem, wie steil ich meinen Körper stelle. Und es wird dann immer einfacher. Ich kann es auch vor den Knien machen. Das macht er, glaube ich, sogar dann auch. Und die Übung geht jetzt halt mehr auf die Schulter. Und wir haben die Schulter aber in der Übung davor halt schon gut fertig gemacht. Und deswegen muss er da bei der Übung auch auf die Knie gehen. Weil gerade die vordere Schulter hier auch am meisten abbekommt. Und die bei der anderen Übung direkt davor eben auch schon sehr viel abbekommen hat, wegen diesem krassen Stretch. Und ab diesem Punkt ist die Schulter dann also schon sehr gut dabei. Plus man hat nur 20 Sekunden Pause, muss man natürlich auch immer mitbedenken. Trotzdem grundsätzlich ist das eine gute Übung. Vor allem, wenn man wenig Platz hat und sehr wenig Equipment zur Verfügung hat. Und so kann man dann eben auch die Schulter trainieren. Von mir aus auch als Dropset trainieren. Und man braucht dafür eigentlich jetzt eigentlich auch keine Handeln. Als nächstes kommt eine meiner Lieblingsübungen. Der sogenannte Fly. Ja, den der gute Arnold auch schon vorhergesagt hat, wie gut diese Übung ist. Das Problem ist, Arnold hat sie auf der Bank gemacht. Und Arnold hat sich das eine oder andere Mal auch ziemlich heftig verletzt. Natürlich macht das einen kleineren Unterschied, wenn man auf Steroiden ist und weiß Gott wie viele andere Drogen. Aber Fakt ist, auf jeden Fall ist es trotzdem eine sehr gute Übung, die die Adduktion auch wieder als Hauptziel setzt. Was auch sinnvoll ist. Ist ja wie gesagt auch die Hauptfunktion. Der Vorteil hier ist, wir machen das Ganze auf den Boden und haben somit ein Sicherheitsnetz sozusagen. Dass selbst wenn man Muskelversagen erreicht, was ja wahrscheinlich eher im unteren Punkt passiert. Dann kann man einfach sich entspannen sozusagen und die Handeln dann auf den Boden fallen lassen. Und ist nicht gezwungen, sich irgendwie da rauszuregeln aus dieser Bank. Oder vielleicht sogar sich in der Schulter zu verletzen durch diese Überbelastung, durch diesen krassen Stretch. Und wenn man dann nicht mehr rauskommt, ja, das ist natürlich scheiße. Deswegen auf dem Boden ist eine deutlich bessere Alternative, wenn ihr kurz vorm Boden, was er auch selber sagt, nochmal kurz isometrisch Kontraktion habt. Also kurz halten vorm Boden, bevor ihr den Boden berührt. Und dann wieder rauskommt. Dann habt ihr nochmal mehr Stress auf die Brust gesetzt, auf den Brustmuskel. Was auch hier sinnvoll ist, weil die Brust in diesem gesamten Workout auch nicht so viel Volumen hat. Das meiste hier geht auf die Schulter und auf den Trizept. Deswegen hier könnt ihr euch wirklich pushen. Und genau. Also als nächste Übung bin ich auch ein großer Fan von dieser Übung. Er macht den sogenannten Crush Grip Bench Press. Beziehungsweise er macht das im letzten Satz von den Fleiß. Was auch nochmal hier an dieser Stelle besonders gut ist. Weil der Vorteil hier ist jetzt halt, wir haben die ganze Zeit Fleiß gemacht, wo die meiste Spannung in der gestretchten Position ist. Also in der, wo der Muskel am längsten ist. Und jetzt durch diese Übung dann hat er schön das ausgeglichen, was davor letztendlich gefehlt hat. Und jetzt haben wir eben die meiste Spannung in der kontrahierten Position, weil wir die Hand die ganze Zeit zusammendrücken. Und so eben auch nochmal den Muskel kontrahieren können. Also maximal kontrahieren, maximal verkürzen können. Dadurch, dass wir auch ein Bankdrücken machen, hilft der Trizept und die Schulter nochmal mehr mit. Und so könnt ihr im letzten Satz auch nochmal viel mehr rausholen. Also diese Kombination ist wirklich richtig gut. Und das würde ich auch genauso weiterempfehlen. Dann kommt der Overhead Press, also das Überkopfdrücken. Was an sich eine super Übung ist, die ich absolut jedem empfehlen kann. Selbst von Einsteiger bis Fortgeschritten ist das eine klasse Übung, die man auch mit vielen Variationen ergänzen kann, wie man mag. Das ist aus mehreren Gründen eine super Übung. Erstmal eine Compound-Übung für die Schulter. Ein vertikales Drücken, was eigentlich immer dabei sein sollte in jedem Programm, wenn es ums Drücken geht, also um die Drückmuskulatur. Also wenn ich die Übung im Stehen mache, dann habe ich erstmal den Vorteil, dass ich eine Closed-Chain-Übung habe. Also ich habe Kraft, die ich vom Boden aus letztendlich generiere, über die Beine, über die Arme. Ich muss im ganzen Körper stabil sein. Der Rumpf arbeitet mit. Der ganze Körper arbeitet letztendlich zusammen, um dieses Gewicht zu bewegen. Und genau das finde ich richtig gut an der Übung. Gleichzeitig brauche ich auch eine gewisse Mobilität in der Brustwirbelsäule, um eben die Brust zu öffnen und wirklich über Kopf drücken zu können. Weil wenn ich nach vorne geneigt bin und das Gewicht nach vorne drücke, dann fällt mir sofort auf, das ist viel zu schwer. Und deswegen auch immer gerade über Kopf drücken können. Das ist eine wichtige, allgemein auch für den allgemeinen Alltag, funktionelle Übung, was euch immer helfen wird. Da Leute eher eine gebückte Haltung haben durch das Ganze, was man vor sich macht, schreiben, lesen, alles Mögliche, sorgt eher dafür, dass die Brustwirbelsäule nach vorne geneigt ist und eine verstärkte Kyphose. Dadurch wird es dann eben schwerer, diese Übung zu performen. Aber wenn ich die eben oft genug mache, dann helfe ich dem Körper, da dagegen zu arbeiten und letztendlich auch eine aufrechtere Haltung zu haben. Und aus all diesen Gründen und wahrscheinlich noch viel, viel mehr, ist das eine super Übung, die ich jedem empfehlen kann. Als letzter Satz macht er wieder eine gute Kombination. Er macht die sogenannten Press-outs, also nimmt das Gewicht und drückt es vor sich weg, was jetzt hier einfach mehr Brust rekrutiert und die Schultern auch nochmal natürlich mehr beansprucht. Aber dadurch, dass die Brust extra rekrutiert wird durch die isometrische Kontraktion, die ich habe, wenn ich die Gewichte zusammendrücke, wird die Übung ein Stück weit leichter und ich kann nochmal ein paar mehr Wiederholungen machen. Und so ist das eine ganz gute Kombination, die man am Ende machen kann. Dann als nächste Übung die Lateral Raises für die Schulter. Wie er sie aber macht, ist leider ein bisschen ein Problem, weil er lehnt sich nach vorne und schwingt so das Gewicht ein bisschen mehr. Und dadurch, dass man sich nach vorne lehnt, wird immer mehr hintere Schulter rekrutiert, was an sich nicht so ein großes Problem ist eigentlich. Aber dazu kommt, dass immer mehr Nacken rekrutiert wird, was dann eher ein Problem ist, weil der Nacken auch dazu neigt, dann beide Übungen zu übernehmen, gerade wenn man einen Nacken hat, der eher stark ist, was bei vielen Leuten sowieso der Fall ist, durch die Verkürzung, die man hat, wenn man am Schreibtisch sitzt und immer die Schultern oben lässt. Deswegen würde ich empfehlen, die Schultern dauerhaft unten zu lassen oder versuchen unten zu lassen und euch aufrecht hinzustellen und nicht nach vorne zu lehnen. Dann müsst ihr auf jeden Fall weniger Gewicht nehmen, also 2,5 bis maximal 5 Kilo werden absolut ausreichen. Und dann wirklich langsamer bewegen, damit ihr sicherstellt, dass ihr nicht schwingt und dass der Nacken auch nicht mithelft. Versucht ja einfach, den Arm wie unter einem Zaun durchzubewegen. Ja, also deswegen bleibt die Schulter unten und so kann ich dann erfolgreich mehr Last auf die Schulter setzen und die Übung wird insgesamt besser. Dann kommen die sogenannten Skullcrushers. Die ist einfach auszuführen, da kann man fast nichts falsch machen. Die ist quasi machbar für jedermann, weil man braucht eigentlich nur eine Ablage und die hat jeder. Da kann man einfach einen ganz normalen Tisch nehmen oder was auch immer. Man findet einen Stuhl. Und je nachdem, wie hoch das ist, natürlich wird es dann immer schwerer. Je nachdem, wie weit ich meine Füße nach außen platziere, desto schwerer wird es. Und so kann man sich selber auch ganz gut steuern. Der Vorteil ist hierbei, dass ich den Longhead, also den Kopf, der am größten ist, der nimmt zwei Drittel vom Trizep ein, hier gestretcht habe und somit besseren Reiz setzen kann auf diese Muskelgruppe. Und viele Leute machen ja im Fitnessstudio sowieso diese Tricep Extensions nach vorne, was halt mehr den lateralen Kopf, also den äußeren hier trainieren wird. Und an sich kein Problem, aber wie gesagt, zwei Drittel vom Trizep bestehen aus diesem Longhead und den werdet ihr bei der Übung auf jeden Fall besser trainieren können. So, das waren seine Übungen soweit. Sein ganzes Workout ist somit beendet. Und jetzt erstmal noch, was ich sagen wollte, was ich auf jeden Fall sehr gut fand, ist allgemein, dass er immer motiviert ist. Natürlich, er schafft es auch, die Leute zu motivieren mit seiner, ich sag mal, Hyper-Motivation, weil er immer so aufgedreht ist. Und es hilft den meisten Leuten natürlich extrem, da sich durchzupushen. Außerdem hat er auch immer eine Zeitangabe gegeben von 40 Sekunden, anstatt nur zu sagen 8 bis 12 Wiederholungen. Was ich, habe ich im letzten Video auch schon gesagt, deutlich besser finde, weil die meisten Leute gar keine Orientierung haben, wie lange soll es denn letztendlich dauern. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich die 6 bis 12 Wiederholungen sehr schnell ausführe. Da komme ich nämlich gar nicht auf die 40 Sekunden, sondern eben langsam. Und damit die Leute auch ein Gefühl dafür kriegen, was sie brauchen, also wie lange sie ungefähr brauchen sollten für diesen Satz. Deswegen an der Stelle finde ich das super. Zusätzlich finde ich es auch super, dass er am Ende von so ziemlich jedem Satz nochmal den letzten Satz ein bisschen verändert, wo man sich extra pushen kann oder mal mehr Wiederholungen macht und eben einfach eine kleine Variation hat zu der Übung davor. Das ist eine super, super Idee. Und das kann ich soweit alles stehen lassen, finde ich super. Grundsätzlich bei Sascha Hubos Workouts ist es oftmals so, und in diesem Fall eben auch so, dass seine Intensität und seine Effektivität dadurch entsteht, dass er nur 20 Sekunden Pause vorgibt. Und das führt dann eben dazu, dass die Leute sich besser pushen können. Das ist nicht unbedingt meine Art, es zu trainieren, weil ich merke auch oft, dass wenn man nur so kurze Pausen vorgibt, dass es oft eher zu Überbelastungen kommt, in den Gelenken, in den Sehnen, in den Bändern. Und da tritt dann schon für mich das erste Problem auf. Und jetzt kommt langsam der Abschnitt, wo ich dann anfangen werde, eine Art Aufbereitung von diesem Workout anzufertigen mit euch zusammen. Und zwar der erste Punkt von diesem neuen Workout, das ich jetzt hier für euch generiere sozusagen, ist, dass ich längere Pausen vorschlagen werde. Ich werde eine Minute Pause vorgeben. Und damit die Intensität am Ende ungefähr gleich bleibt, werde ich euch vorschlagen, dass ihr einfach lieber mehr Gewicht nehmt, weil ihr habt ja jetzt länger Zeit, euch zu erholen. Und somit könnt ihr auch das Nervensystem ein bisschen mehr stimulieren, weil ihr mehr Gewicht nehmen könnt und durch die längeren Pausen eben näher an der Regeneration, näher an der vollständigen Regeneration seid und euch dann eben während des Satzes mehr pushen sollt und näher ans Muskelversagen kommen sollt. Also ihr nehmt ein Gewicht, mit dem ihr ca. 8-15 Wiederholungen schafft. Sodass, wenn ihr dann am Ende der 40 Sekunden angekommen seid, dass ihr dann noch so 2-3 Wiederholungen im Tank habt, im Idealfall. Natürlich ist das nicht immer gegeben, weil natürlich die Übungen alle unterschiedlich sind, eure Kräfte sind unterschiedlich und so weiter. Deswegen, ja, da müsst ihr jetzt halt durchhalten. Das ist jetzt halt trotzdem ein allgemeines Workout und es ist natürlich allgemein problematisch, sowas anzufertigen. Trotzdem soweit, das wäre meine Empfehlung für die Pausenangabe und die Gewichtsangabe. Wenn ihr mehr Zeit habt für dieses Workout, dann könnt ihr das noch effektiver gestalten, meiner Meinung nach, und das Nervensystem noch mehr überladen. Dann könnt ihr einfach 2- oder 3-Minuten-Pause einbauen und noch mehr Gewicht nehmen und dann geht das Ganze schon mehr Richtung Kraft. Dann macht ihr vielleicht weniger Wiederholungen, setzt euch nicht mehr die 40 Sekunden als Zeitlimit, sondern ein bisschen weniger, 30 Sekunden vielleicht sogar und dadurch wird das Nervensystem mehr überladen und ihr habt vielleicht sogar am Ende ein effektiveres Workout, je nachdem, was für euch eben gerade im Moment richtig ist und das kann ich so natürlich schwer entscheiden. Deswegen, vielleicht müsst ihr das einfach ausprobieren, wenn ihr mehr Zeit habt. Ja, das Workout, das ich jetzt hier für euch generiere, ist insgesamt 3-4 Minuten länger als Sascha Hubers Version und deswegen vom Zeitaufwand her in etwa gleich. Also ich will, dass ihr während des Satzes immer näher an das Muskelversagen kommt, damit die Intensität am Ende gleich bleibt, weil ich ja die Pausen verlängert habe. Zusätzlich werde ich ab und zu Supersätze einbauen. Ich sage euch dann genau wann und wie lange dieser Satz gehen soll. Für die Leute, die diesen Supersatz machen wollen, weil der ist optional, die machen den einfach mit mir zusammen und die Leute, die eben Anfänger, eher Anfänger sind, die können hier stattdessen einfach länger Pause machen und haben dann eben eine Minute plus die Zeit, die ich für den Supersatz dann vorgebe. Wie gesagt, das dann nochmal im Detail, wenn ich dann wirklich darauf eingehe, welche Übung jetzt als Supersatz gehen soll. Aber so als grundsätzliche Info, ihr könnt es gestalten für euch, wie ihr wollt, die Belastungsnormative sozusagen ändern. Je nachdem, wie fortgeschritten ihr seid, könnt ihr euch entscheiden, ob ihr diesen Supersatz mitmacht oder nicht. Und das gilt für jeden Supersatz, außer für den letzten, wo ich dann sage, das sollten alle machen. Und jetzt kommen wir gleich zu den Übungen als Überblick, wie ich die umsortieren würde, ohne jetzt viel Übungen auszutauschen. Ich werde nämlich insgesamt nur zwei Übungen weglassen und dafür dann eben eine Übung ersetzen, damit es vom Zeitaufwand in etwa gleich bleibt. Und jetzt werde ich erstmal gleich anfangen mit der ersten Übung, die ich aus seinem Workout an eine andere Stelle geschoben habe und gleich auch noch dazu, wieso. Also für die, die es interessiert, ich werde parallel dazu auch noch ein Video hochladen, wo ich dieses Workout, das ich jetzt hier für euch generiere, beziehungsweise das ich überarbeite aus diesem Workout von Sascha. Also für die, die es interessiert, ich werde hier parallel dazu noch ein Video hochladen, wo ich dieses Workout, das ich jetzt hier mit euch zusammen generiere, durchziehen werde und ihr könnt es zusammen mit mir trainieren. Also jetzt fangen wir auch gleich an mit der Überarbeitung von diesem Workout. Ich werde es außerdem auch so gestalten, dass ich zuerst die Compound-Übungen dranbringe, also die Übungen, wo der Körper zusammenarbeitet mit mehreren Muskelgruppen auf einmal, weil das sind tendenziell die schwersten Übungen. Gleichzeitig sind es auch die besten Übungen, die man benutzen kann, um progressiv zu überladen. Und am Anfang ist man ja sowieso am stärksten, deswegen ist da die progressive Überladung auch am sinnvollsten. Und damit kommen wir auch gleich zur ersten Übung, dem Handel über Kopf drücken. Das hier als erstes, weil die Übung hat Sascha an einer späteren Stelle erst gebracht, aber ich finde, die Übung ist so wichtig und man sollte bei der Übung auch mal mehr Gewicht nehmen können. Deswegen werde ich die hier am Anfang platzieren, damit ihr da auch wirklich die Kraft noch habt, euch da wirklich zu pushen und da nicht schon die Schulter erledigt ist durch die anderen Übungen. Also wir machen davon drei Sätze und am letzten Satz habt ihr nochmal die Möglichkeit, euch zu pushen, weil da werde ich einen Supersatz einbauen. Also nach den 40 Sekunden habt ihr nochmal 20 Sekunden einen Supersatz, den ihr machen könnt, wenn ihr wollt, je nachdem wie fortgeschritten ihr seid. Und zwar müsst ihr hier den sogenannten Push-Press machen. Das ist hier eine super Alternative, weil ich muss kein Gewicht wechseln, ich muss meine Lage nicht ändern. Ich bleibe einfach weiterhin stehen und wenn ich es nicht mehr schaffe, das Gewicht über Kopf zu drücken, dann bringe ich einfach den Unterkörper mit ein und gehe ein bisschen in die Knie, ja, versuche zu squatten und nicht nur in die Knie zu gehen, sondern auch die Hüfte nach hinten zu bewegen. Den Arsch raus, auf gut Deutsch. Und so kann ich dann die Beinmuskulatur mitrekrutieren und nochmal mehr Power rausholen aus dem gesamten Körper und dann könnt ihr euch in den 20 Sekunden pushen. Wenn ihr jetzt aber schon das Muskelversagen erreicht, bevor die 40 Sekunden zu Ende sind, dann spielt das keine Rolle. Ihr macht diesen Supersatz, wenn ihr ihn machen wollt, macht ihn bis zum Muskelversagen und dann habt ihr eben die restliche Zeit bis zu den 20 Sekunden und die Zeit, die ihr sowieso hättet als Pause, nämlich die 60 Sekunden zur Regenerierung bis zum nächsten Satz beziehungsweise bis zur nächsten Übung. Dann Leute, wenn ihr merkt, ihr habt nicht genug Gewicht zu Hause oder ihr wollt einfach nochmal substituieren oder eine Variation einbringen, wenn ihr das Workout schon öfters gemacht habt, dann kauft euch eins dieser Bänder. Ich habe es euch im letzten Video schon empfohlen. Die sind extrem vielseitig. Sie sind billiger als normale Gewichte und ihr könnt die letztendlich bei fast jeder Übung einfach zusätzlich einbauen und einfach noch einen neuen Reiz setzen, anstatt immer nur mehr Gewicht zu nehmen. Dann als zweite Übung machen wir Bankdrücken auf den Boden mit Kurzhanteln, anstatt die Kurzhantel-Push-Ups zu machen, weil jetzt wäre es sowieso nicht sinnvoll, die Kurzhantel-Push-Ups zu machen, weil dann hat die vordere Schulter noch mehr Last durch diesen Extra-Stretch. Deswegen machen wir es auf den Boden. Dadurch haben wir genau den gegenteiligen Effekt. Wir haben die Schulter ein bisschen rausgenommen, weil wir nicht ganz so weit runtergehen können wie auf einer Bank. Und wenn man die Arme ganz nah an seinem Körper lässt, hat man mehr Trizep. Aber ich würde euch hier empfehlen, die Arme ein bisschen weiter wegzulassen vom Körper, etwa 45 Grad, weil dann trainiert ihr mehr die Brust. Und wie gesagt, der Trizep kriegt nachher noch genug Volumen ab. Hier ist es sinnvoll, die Arme ein bisschen weiter wegzulassen und ganz normales Bankdrücken. Ihr kennt es alle. Und davon machen wir zwei Sätze. Und hier wieder am Ende vom Satz habt ihr wieder die Möglichkeit, einen super Satz zu machen. Also, wenn im letzten Satz die 40 Sekunden abgelaufen sind, 20 Sekunden Zeit, euch zu pushen. Und zwar mit dem Crush Grip Bench Press. Wir nehmen dafür aber nur eine Handel, weil es für mich hier einfach besser ist, weil ich das Risiko nicht eingehen will, dass ich doch abrutsche und meinen Finger kaputt mache. Deswegen hier Crush Grip einfach mit einer Handel. Das ist vielleicht ein bisschen zu einfach, aber es geht hier jetzt auch mehr darum, Blut im Muskel zu akkumulieren. Und im letzten Satz könnt ihr euch dann pushen. Da könnt ihr auch gerne schnellere Wiederholungen machen. Es geht ja auch nur 20 Sekunden und dann habt ihr nochmal 60 Sekunden Pause und dann geht es weiter mit der nächsten Übung. Jetzt an der Stelle ist es meiner Meinung nach sinnvoller, den Rotations Push Up einzusetzen, weil wir haben hier die Möglichkeit, diese fehlende Adduktion, also diese fehlende Bewegung in diese Richtung auszugleichen durch den Rotations Push Up, weil wir davor ja das normale Bankdrücken gemacht haben, ist da recht wenig Adduktion passiert an der Brust. Und deswegen ist es hier sinnvoll, jetzt die Brust nochmal mehr anzusprechen, um genau das auszugleichen, was wir bei der Übung davor eben nicht hatten. Und hier genau, wie ich es erklärt habe, einfach während du dich hochdrückst, auf eine Seite mehr drehen. Ja, das braucht ein bisschen Koordination, ja, das braucht ein bisschen Übung, bis man das drauf hat, aber wenn ihr es dann eine Weile mal gemacht habt, werdet ihr davon hundertprozentig profitieren. Und wir machen das Ganze auf den Boden, weil ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich es sinnvoller finde, es auf den Boden zu machen, weil man dadurch mehr die obere Brust ansprechen kann und viele Leute sowieso eben eher in der oberen Brust Probleme haben, Muskeln aufzubauen. Abgesehen davon ist sie nochmal eine schwerere Variation. Und wenn ihr hier jetzt aber schon Muskelversagen erreicht, dann könnt ihr einfach droppen, also auf die Knie, auf die Knie gehen, für mich, und diesen Satz zu Ende bringen. Also, nachdem wir zwei Sätze gemacht haben von den Rotations-Push-Ups, fokussieren wir uns jetzt nochmal weiterhin auf die Brust, weil wir die davor schon angefangen haben zu isolieren und machen jetzt die Fleiß auf dem Boden. Wie gesagt, die Übung finde ich klasse, deswegen finde ich es auch super, dass wir die behalten. Und davon machen wir drei Sätze. Hier wieder wichtig, kurz vorm Boden halten. Ich weiß, ich selber vergesse es auch oftmals, dass ich nicht halte und sondern direkt wieder hochgehe und dann halt nicht zu lange in dieser Position über dem Körper bleiben, weil da eben kaum Spannung auf der Brust ist, sondern eher unten bleiben. Und, genau, drei, vier Sekunden für eine Wiederholung wäre der optimale Bereich. Also, jetzt kommen die Lateral Raises, weil ich ja auch, wie gesagt, die Übung klasse finde, aber jetzt eben ein bisschen anders ausführen. Aufrechter bleiben, die Hand wie unter einem Zaun bewegen und somit die Schulter unten lassen und den Nacken rausnehmen. Gleichzeitig könnt ihr die Übung auch oder solltet ihr die Übung auch so ausführen, dass ihr eineinhalb Wiederholungen macht, sprich ihr geht ganz hoch bis zur Hälfte runter und dann wieder ganz hoch und das sorgt dafür, dass wenn ihr bei der Hälfte seid und wieder hochkommt, dass das rein aus der Schulter passiert. Versucht euch wirklich darauf zu fokussieren, dass die seitliche Schulter hier die Hauptarbeit macht und das soll eigentlich hauptsächlich verhindern, dass ihr nicht schwingt und hier könnt ihr dann das Gewicht wechseln, also in der Pause davor natürlich, das Gewicht wechseln und auf jeden Fall 2,5 bis 5 Kilo verwenden. Hätte ich jetzt mal so geschätzt, für die meisten ist das in Ordnung und hier solltet ihr am besten auch drei Sätze machen und beim letzten Satz, wieder nach dem letzten Satz, nochmal die Möglichkeit für einen super Satz, wenn ihr den machen wollt, wieder 20 Sekunden Zeit euch zu pushen und hier ist das in Form von einem Press-Out, also die Übung, die ich vorhin auch schon erklärt hatte, einfach die Handtel zusammendrücken und rausdrücken und so viel Wiederholung wie möglich performen. Hier wird die Brust einfach mit dazu geholt, sozusagen die Übung ein bisschen leichter gemacht und jetzt kommen wir zum letzten Komplex, diesmal ein Dropset, also ein Supersatz, den ich für alle empfehle und zwar sieht das folgendermaßen aus, wir machen die Skullcrushers aus Sascha Hubers Workout und koppeln die mit einer Übung, die letztendlich in einem gewissen Sinn das Gegenteil macht wie die Skullcrushers, also bei den Skullcrushers ist ja der Fall, dass der Arm über Kopf ist und der Long Head, also der lange Kopf, gestretched ist. Dadurch habe ich mehr Fokus auf den langen Kopf. Danach droppen wir auf die sogenannten Arnold Dips und hierbei wichtig, die Arme nach außen lassen, also die Finger zeigen raus und nicht nach innen. Das soll dann ein bisschen dafür sorgen, dass ihr die Schulter nach außen rotiert und so ein bisschen mehr Platz im Schultergelenk kriegt. Nicht ganz so weit runter gehen und der Vorteil hierbei ist halt, dass der Trizep hier dann maximal angespannt ist im Vergleich zu den Skullcrushers davor ist nämlich genau das Gegenteil, da ist der Trizep nämlich im maximalen Stretch, wenn ihr in der Ausgangsposition seid. Und deswegen ist das eine ganz gute Übung, das so zu koppeln und genau habt wieder 20 Sekunden Zeit, euch dann bei den Arnold Dips zu pushen. Die Übung ist tendenziell ein bisschen leichter, deswegen sollte das eigentlich für die meisten kein Problem sein. Ansonsten lasst ihr einfach die Beine näher an dem Objekt, das ihr benutzt, um euch anzulehnen und dadurch wird die Übung auch nochmal ein bisschen einfacher. Genau, ihr braucht halt zusätzlich noch ein kleines Objekt, wo ihr euch anlehnen könnt, vielleicht reicht auch ein Stuhl, müsst ihr schauen, was ihr habt. Und das Ganze macht ihr zweimal, also ihr macht die Skullcrushers, dann die Dips, dann nochmal die Skullcrushers, nochmal die Dips mit jeweils einer Minute Pause und dann seid ihr durch. Und wie gesagt, den letzten Supersatz, den würde ich wirklich allen empfehlen. Wenn ihr euch bis dahin noch nicht gepusht habt, solltet ihr das hier tun und dann könnt ihr auch sicher sein, dass der Trizep fertig ist und ihr am nächsten Tag auf jeden Fall spüren werdet. Zumindest habe ich es gespürt und wenn ihr es durchzieht, dann werdet ihr es auf jeden Fall auch spüren und ich denke, ihr werdet auch ganz gute Gains machen damit. Also und damit ist es beendet, dann habt ihr jetzt die überarbeitete Version von Sascha Hubers Push Workout, ein gesamtes neues Workout, das ihr zusammen mit mir machen könnt, wenn ihr euch das neue Video von mir auch reinzieht. Habe ich wie gesagt schon das ganze Workout aufgenommen und ihr könnt es einfach mit mir zusammen trainieren und dann können wir zusammen Muskeln aufbauen und ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß dabei. Was ich noch sagen will, natürlich ist es schwer, auf individuelle Voraussetzungen einzugehen und allgemeine Workouts zu erstellen, ist einfach problematisch. Das ist aber jedem klar, weil es soll natürlich auch einfach sein, jeder soll es nachmachen können, gleichzeitig sollte man die Intensität für jeden anpassen und das habe ich jetzt eben versucht in Form von Supersätzen, die optional sind. Ansonsten eben mehr Pause für die Leute, die eher Anfänger sind. Ja und damit werden wir eigentlich durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr habt soweit verstanden, wieso ich das jetzt so ändern würde und ansonsten wir sehen uns das nächste Mal. Adios.